Morgen findet das Deutsch-Abitur Bayern 2018 statt und deswegen gebe ich jetzt nochmal schnell meine Last-Minute-Hacks. Willkommen zurück Abitur-Athleten, mein Name ist Leo Eckele und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Trauer-Rutschritt kommst. Morgen ist Deutsch und Deutsch ist das Abiturfach, wo ich am allerstolzesten auf meine 1, sogar auf meine 15 Punkte bin. Wissen ja jetzt wahrscheinlich schon die meisten von euch, aber das war für mich echt eine richtig krasse Nummer. Und deswegen, weil viele von euch morgen in das Ganze rein starten werden, zumindest alle Leute, die wie ich aus Bayern kommen, werden wir jetzt nochmal besprechen, was ihr für heute euch nochmal bewusst machen müsst, damit ihr morgen eure beste Leistung zeigt. Die absolute Grundlage ist natürlich, dass du die Epochen voll drauf hast. Die Epochen sind deswegen einfach wichtig, weil es dir im Prinzip die Möglichkeit gibt, viel leichter und viel schneller Dinge zu interpretieren, auch zu verstehen, warum gewisse Dinge so gestellt werden, wie sie gestellt werden und natürlich, dass wenn du in irgendeiner Teilaufgabe die Aufgabe hast, irgendwas in den Hintergrund oder Kontext zu einer bestimmten Epoche zu setzen oder vielleicht auch einen Kontrast zu ziehen, dass du da nicht vollkommen planlos bist. Deswegen die Epochen, auch wenn es vielleicht langweilig ist, die müsst ihr drauf haben und auch wenn du sie jetzt noch nicht drauf hast, kannst du dir, denke ich, jetzt so das Gröbste immer noch auf die Schnelle reinziehen. Als zweiten Punkt ist es wirklich überlebensnotwendig, dass du im Voraus dich schon auf ein oder zwei Themen festgelegt hast, zwischen denen du morgen entscheiden wirst. Und zwischen diesen Themen entscheidest du in der Prüfung dann bitte auch möglichst effizient. Ich sage nicht bewusst nicht schnell, sondern effizient. Was meine ich mit effizient? Das bedeutet, dass du das Ganze aufklappst. Du schaust dir bitte nur maximal die zwei Themen an, die du im Voraus geübt hast oder wo du dich nach deiner jetzigen Einschätzung mit am sichersten füllst. Schaust dir nur die beiden Sachen an und dann meine ich mit effizient, dass du nicht gleich nach deiner ersten Aufgabenstellung nicht entscheidest, was du nimmst und auch nicht, dass du alles komplett liest und dreimal analysierst, was jetzt das Richtige ist. Sondern schau dir so viel von jeder Aufgabe an, dass du beispielsweise weißt, okay, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen oder auch, das finde ich richtig gut. Wie viel du hinterlesen musst, ist unterschiedlich. Kann es wirklich sein, dass du bei einer Teilaufgabe schon sagst, okay, ich habe keine Ahnung, was das für eine Epoche ist. Schweiß ich gleich raus, ich nehme das andere. Kann aber auch sein, dass du einfach ein bisschen den Text reinlesen musst. Da ist es einfach nur wichtig, dass du dir bewusst bist, dass es effizient passieren muss. Also schnell, aber trotzdem auch nicht leichtgläubig. Einfach, ah ja, ich nehme das. Weil ihr werdet die nächsten drei, vier Stunden damit verbringen, an diesem Thema zu schreiben. Aber gleichzeitig bekommt ihr auch keine Punkte darauf, euch das Thema auszusuchen. Also versucht wirklich möglichst effizient, euch das Thema auszusuchen, damit ihr so wirklich den besten Mix aus, ich habe das bessere Thema für mich gewählt und gleichzeitig habe ich aber auch noch mehr als genug Zeit, um das Ganze auch rauszuformulieren habt. Drittens, einer der Hacks, den ich auch schon in meinem älteren Deutschvideo gegeben habe. Und zwar, dass du unbedingt dir sehr gute Aufsätze im Internet von sehr guten Deutschschülern durchliest oder eben auch die Musterlösungen, die dir deine Lehrerin gegeben hat. Weil was da passiert, ist, dass es im Prinzip unterbewusst normal für dich wird, in dieser Art und Weise zu denken und auch zu schreiben und zu formulieren. Und speziell, speziell am Tag vor der Prüfung ist es ganz, ganz wichtig, dass sich das nochmal einprägt. Im Idealfall liest du dir so einen richtig guten Aufsatz nochmal vorm Schlafen gehen ein, weil vorm Schlafen, die Informationen, die da kommen, werden nochmal, wie soll ich sagen, viel spezieller gespeichert und gehen auch viel direkter ins Unterbewusstsein. Deswegen versuch dir wirklich nochmal einen schönen Aufsatz rauszusuchen, lest den vorm Einschlafen und dann wirst du am nächsten Tag ganz automatisch im Prinzip viel, viel besser schreiben. Viertens, wenn du dann in der Prüfung sitzt und dir auch die Themen schon ausgesucht hast, dann bitte, bitte, bitte fang niemals mit deiner Gliederung an, sondern mach im Prinzip noch eine Gliederung zu Gliederung. Was meine ich damit konkret? Im Prinzip ein Schmierblatt, ein Schmierblatt, wo die Form vollkommen egal ist, wo du dir aber wirklich deinen ganzen Aufsatz, die ganzen Seiten, die du jetzt in den nächsten 3-4 Stunden schreiben wirst, durchplanst und das soll aber nicht so formell sein, sondern es soll vor allem den mentalen Rahmen wieder schaffen. Das habe ich auch in meinem Geschichts-Mündlich-Video schon gesagt, warum das so wichtig ist. Wenn du dir einen mentalen Rahmen schaffst, das bedeutet, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich fange mit diesem Zitat an oder mit dieser Einleitung und dann greife ich das in dem Hauptteil wieder ein, fange dann mit dem Argument an und drehe das dann so und dann ganz am Ende ziehe ich den Bogen wieder hier rum, sprich, dass du wirklich auf einem Blatt Papier in deiner Schreibweise, egal ob du da Wolken machst und dann was reinschreibst, ob das eine Mindmap ist, ob das was ganz Strukturiertes ist, ist vollkommen egal. Das Wichtige ist, dass du auf einen Blick, das ist wieder für die visuellen Lerner, ganz, ganz wichtig, und in meinen Augen sind die meisten Leute ein visueller Lerntyp, dass du auf einen Blick wieder hast, was schreibe ich da eigentlich und dann hast du im Prinzip diesen Plan, es ist wie, wie wenn du in den Krieg ziehst, ich meine, manche wird Deutsch morgen einfach Krieg, okay, wenn du in den Krieg ziehst, dann willst du auch einen Schlagplan haben, du willst wissen, was kommt wann, welchen Zug machen wir wie und so kannst du dir im Vorhinein viel besser überlegen, was du überhaupt schreiben willst, deine Ausformulierungen werden besser, deine Argumente werden besser treffen, wenn du, keine Ahnung, vielleicht auch ein Gedicht vergleicht hast, werden vielleicht bestimmte Beziehungen, die du zwischen den verschiedenen Personen im Gedicht oder so stellst, viel klarer, viel strukturierter und das wird in Deutsch nochmal richtig, richtig viele Punkte geben. Deswegen ganz wichtig, setz dir vor dem Losschreiben diesen mentalen Rahmen. Und bitte auch bei den Interpretationen, Leute, wenn ihr was interpretiert, dann schreibt diese Besonderheiten nur raus, wenn es da auch was zum Interpretieren gibt. Das bedeutet, wenn du schreibst, oh, es gibt auffällig viele Hypotaxen, du aber dann nicht sagst, was für eine Funktion das Ganze hat, also warum der Verfasser viele Hypotaxen gewählt hat und dann sagst, hm, viele Hypotaxen, weil, mach den Text klarer oder schöner oder einfacher oder whatever, dann, nee, so das ist einfach nicht griffig genug. Deswegen bitte nur Sachen zum Interpretieren aufschreiben, wenn ihr dann sie auch interpretiert, weil ganz oft schreiben viele Leute, 100.000 Neologismen raus und das noch und das macht er auch und das macht er noch auch und das macht er noch auch. Aber es bringt euch keine Punkte, wenn ihr da nichts dahinter habt. Dann nehmt ihr lieber nur 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen, die aber einen richtig krassen Impact auf das Ganze geschrieben hat und schreibt dann nur die Sachen hin, werdet ihr viel mehr Punkte bekommen. Und zu guter Letzt fünftens, was denke ich auch extrem wichtig für Deutsch ist, schreibt entspannt, aber schreibt auch zügig. Das bedeutet, greift euren Stift nicht so hart und das meine ich wirklich so, weil ich sehe dann immer die Leute im Abitur, ach, ach, noch eineinhalb Stunden und das kommt ja oft davon, wenn du in deinen Stift so krass greifst. Deswegen schreibt entspannt, aber schreibt trotzdem zügig. Glaubt nicht, oh, wir haben so viel Zeit und ich will eh nicht so viel schreiben, dass du so mega viel Zeit hast. Schreib, halte dich wirklich ran. Bei mir war es in Deutsch auch richtig knapp mit der Zeit. Deswegen halte ich wirklich ran, aber verkrampf nicht so, weil es wird wirklich ein richtiger Schreibmarathon. Das ist, glaube ich, schlimmer als in jedem anderen Fach. Deswegen entspannt, aber trotzdem zügig schreiben und dann werdet ihr mit der Zeit gut hinkommen und ihr werdet auch keine bescheuerten Pausen haben, weil euch eure Hand fast abfällt und müsst ihr nachher auch nicht amputiert oder so werden. Ich hoffe, dass euch das Ganze hilft. Ganz, ganz viel Erfolg für morgen. Wenn es irgendwer von euch schaffen sollte, auch 15 Punkte zu schreiben. Krassen Respekt. Ich kann es vom letzten Jahr bei mir selber noch nicht ganz glauben. Deswegen haut rein, glaubt an euch. Wir bei dir sehen uns in dem nächsten Video. Euer Leo. Prost, Männer. Ich glaube, ich bin die einzige Person, die Wasser aus einem Weizenglas trinkt. Einfach nur deswegen, weil es das größte Glas ist, was wir in unserer Küche haben und es einfach viel effizienter ist, sich das einmal zu holen anstatt dreimal ein kleines. Bis zu. So, wenn Sie gerne die suficiente in der Vergangenheit in der Vergangenheit sind sie управ currently vor Groß COD auf einem feel子 in der Vergangenheit und haben in der Vergangenheit und verändern vorerst small denstr Fab kann ich